Einen wunderschönen guten Morgen ihr Lieben. Schön, dass ihr bei uns eingeschaltet habt auf unserem besten Briller-Kanal. Ja, wie ihr sehen könnt, ich bin schon ziemlich nervös, denn wir haben heute Morgen schon angefangen zu wackern. Es ist schon klein lieb wie hier und es tut sich so langsam und wir freuen uns richtig, oder? Ja, klar. Also der Fädi steht übrigens hinter der Kamera. Und ja, wir sehen uns halt auch hier. Wir haben hier extreme Wurzeln. Und ja, ich bin auf alles weitere gespannt. Ich schwöre da was. Oh, da kommt auch ein Bagger. Da kommt ja ein Bagger. Ja, was macht denn der Bagger hier? Und nein? Ja, ich bin echt der Bagger. Alles Gute. Das ist echt, das ist echt, das ist echt. Ist eigentlich der Bagger der Bagger. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.